Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur Formel 1, heute beim vierten Lauf der Saison in Baku, einer Strecke, auf der ich mich häufig sehr unwohl fühle. Zumindest in der F1 2018 war das der Fall und dementsprechend gehe ich heute in dieses Rennen mit der Erwartungshaltung, dass ich zufrieden wäre, wenn wir Punkte holen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn wir keine Punkte holen. Aber naja, mal schauen, was sich heute am Rennwochenende ergibt. Ich bin halt relativ langsam auf dieser Strecke, ziemlich fehleranfällig und allgemein verzeiht diese Strecke auch so gut wie keine Fehler und dementsprechend schauen wir mal, was das Rennen so bringt. Schauen wir aber zuallererst mal aufs Qualifying, da sehen wir nämlich, dass wir hier ziemlich flott unterwegs sind, vier Minuten Restzeit und ja, auf Platz 19 sind wir im Moment, lediglich vor Gasly und ja, das ist so ein bisschen sinnbildlich für Gaslys reale Saison. Aus der ersten Kurve raus mit einem leichten Quersteher beschleunigen wir da raus. Ja, haben trotzdem ein bisschen Zeit gut gemacht. In der zweiten Kurve haben wir keinen Quersteher gehabt, sind entsprechend etwa eine Zehntel Sekunde schneller nach zwei Kurven. Und jetzt geht es auf die dritte Kurve zu, da gibt es keinen ganz klaren Orientierungspunkt für den Bremspunkt, trotzdem hier ordentlich Zeit gut gemacht. Zweieinhalb Zehntel Sekunden im Delta, jetzt im zweiten Gang hier durch die nächste Rechtskurve und da sind wir schon bei über vier Zehntel. So, und jetzt in der Schikane nicht zu hart über den Körper räubern und entsprechend das Fahrzeug versetzen lassen und jetzt kommt die enge Passage hier, die Burgpassage. Hier bin ich ein bisschen leicht übersteuert in die Kurve reingekommen, aber trotzdem passt das noch ganz gut. Nicht die Mauern hier berühren und wir sind bei insgesamt sechs Einhalb Zehnteln Zeitgewinn. Das ist ziemlich ordentlich und die Runde, die dürfte eine ordentliche Verbesserung darstellen. So, hier links bergab, auch da nicht zu hart über den Körper räubern. Über sieben Zehntel Sekunden sind wir mittlerweile über unsere PB hinausgekommen und da habe ich hier die Fahrzeugkontrolle verloren. Siebeneinhalb Zehntel Sekunden waren es und es hätte auch durchaus noch mehr sein können. Und entsprechend verlieren wir jetzt unfassbar viel Zeit. Und was hätte ein, naja, zumindest Qualifying werden können, wo ich nicht ganz letzter werde, ist lediglich zu einem Qualifying geworden, wo ich dann doch letzter wurde. Aber wie gesagt, in Baku, da erwarte ich auch nicht so unfassbar viel. Wobei unsere Erwartungshaltung nach den ersten Rennen dieser Saison relativ hoch sein dürfte. Denn wir sind insgesamt mit 28 Punkten WM Vierter noch vor Charles Leclerc. Unser Teamkollege auf Platz 6 mit 20 Punkten bedeutet Racing Point im Moment mit einem historisch guten Saisonbeginn für das Team. Und demzufolge können wir hoffentlich heute so ein bisschen auch die Siegesserie weiterführen. Das wäre auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles. Aber mal schauen, ob das gelingt. Der KWM entsprechend unser Team auf Platz 3 vor Haas und Red Bull McLaren dann vor Renault. Und wir gucken mal auf die ersten Upgrades, die es in dieser Saison bislang gab. Da haben wir nämlich zum einen einen Aerodynamik-Upgrade. Damit sind wir immer noch hinter Toro Rosso. Allerdings ein bisschen weiter weg von Alfa Romeo und Williams. Und darüber hinaus gab es auch ein Zuverlässigkeits-Upgrade. Damit unsere Fahrzeugkomponenten ein bisschen länger durchhalten. Außerdem haben wir nochmal den Gesamtgraph. Da sieht man, dass unser Auto einen recht großen Schritt nach vorne gemacht hat. War auch ein großes Upgrade. Allerdings haben auch viele andere Teams mittlerweile weiterentwickelt. Und wir gucken dann nochmal auf dieses Rennen. Da haben wir nämlich in der Strategie einen Start auf Medium-Reifen. Wir wechseln später auf harte und darüber hinaus die Spritmenge von 55 Kilogramm, die hoffentlich dann für die Renndistanz genügt. Und damit schauen wir dann nochmal auf die Startaufstellung. Da haben wir nämlich ganz vorne Lewis Hamilton auf der Pole Position vor Sebastian Vettel. Dahinter Walter Ribottas vor Charles Leclerc. Eine Tausendstel zwischen den beiden vor Räikkönen und Sergio Perez. Auch da wurde es richtig eng. Dann dahinter Verstappen, Butler, Hülkenberg vor Ricardo, Grosjean und Gasly. Die Lukas Weber vor George Russell, Antonio Giovinazzi sowie Robert Kubica. Dahinter Lennon Norris, Danny Quert, Albon. Und ich habe alle Motorenkomponenten einmal durchgewechselt. Habe einfach mal die Situation dafür genutzt. Und nun würde ich sagen, viel Spaß hier beim großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Und dann würde ich sagen, viel Spaß hier beim anderen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß hier beim nächsten Mal. wie engelkiste mit albon alles klärchen start schon mal überlebt beide toros überholt die scheinen hier nicht so gut unterwegs zu sein mclaren auch mit problemen gut ist ein kurs bei dem die top speed durchaus entscheidend sein kann und mclaren hat zumindest stand jetzt keine allzu gute top speed heute auch gesehen dass auf twitter gefragt wurde wann denn der performance patch käme und da haben die märkte dann geantwortet dass es auf jeden fall nach release dann sei es würde noch ein bisschen dauern gut finde ich verständlich weil naja die müssen sich ja auch irgendwann für die paris festlegen die müssen ja auch irgendwann sagen okay gut so so stark ist das auto natürlich könnte man sagen hey könnte man noch mal kurz vor release einfach drüber schauen und nicht früh das kann es aber wahrscheinlich bei vielem sagen naja immerhin haben wir einigermaßen vertretbare performances peres richtig stark unterwegs gerade ja baku ist bei mir natürlich eine strecke die erstmals weniger erwartungen weckt meine hoffnung bei baku ist einfach irgendwie durchzukommen zu punkten und damit wäre eigentlich auch schon das soll erfüllt dieser strecke man sollte mir bitte ein jahr lang nicht werden die quere kommen ein poli fein war es ja recht tragisch dass ich eigentlich eine siebenzehnte verbesserung hatte und zumindest auf pace das vorletzten hätte kommen können albon war es glaube ich bin mir nicht sicher welcher tors das war das ist dann aber nicht geklappt hat war schon ein bisschen schade aber jetzt bin ich ganz zufrieden mit der renn pace hier habe ein bisschen was ging es untersteuern gefunden tatsächlich funktioniert bislang super ohne zu sehr unruhe ins auto zu bringen die habe ich trotzdem müssen untersteuern okay und ich glaube ein bisschen mehr von flügel würde eh nicht unbedingt naja was heißt schaden es würde keine allzu große probleme auslösen das große problem sind eh die hinterreifen hier auf der strecke ich glaube ich sitze hier nicht ganz zentriert oh boy norris überholt weh war ich erkenne vielleicht die farben nicht ganz so gut ich habe heute mal den eis saver mode an damit sieht das ganze jetzt in seiner ganzen farbpracht nicht ganz so prächtig aus auf dem monitor aber man kann doch deutlich entspannter drauf schauen ich hatte heute eh einige stunden vom pc ich glaube daran könnte ich mich gewöhnen ja bis jetzt sieht super aus also knappe kiste dass ich hier überhaupt weiter nach vorne kommen kann das freut mich ob es für die top ten reicht ich weiß es nicht aber wie gesagt das ist baku ich war beim teammate selbst wenn man den fehler mal ausrechnen würde 1,2 1,3 sekunden quali-off-pace und ich habe ein video hochgeladen hinsichtlich der ki-performance wenn man das mal hier drauf anwendet hätte ich sechs bis sieben punkte runter drehen müssen damit ich seine pace fahren kann und ich fahre seine pace natürlich im moment nicht aber peres fährt der traum-pace und ich bin froh wenn ich in die mittelfeld-duelle komme und im moment sind wir ja da Norris schon mal angreifen können und überholt beide mcclaren überholt schon die actually was wenn ich meine die eigentlich die Er ist wirklich ein Red Bull. Das drittnächste Fahrzeug ist ein Red Bull. Alles klar. Okay, Giovinazzi greift da den Williams an. Ein Renault an der Box, alles klar. Scheint aber sehr außerplanmäßig zu sein nach vier Runden. Das ist das einzige Fahrzeug an der Box. Jetzt haben wir Kubica vor der Nase. Ich bin mit dem Rücken ein bisschen abgeschnitten. Ich hoffe, das passt trotzdem. Das Bild so von der Komposition her. P15 im Moment. Ja, das ist super. Also, ich bin zufrieden. Ich sag mal wirklich, ich wäre sogar mit P11 zufrieden hier. Das würde man glaube ich nicht meinen, nachdem man die ganzen Ergebnisse gesehen hat, die ich eingefahren bin. Aber hey. Ich wäre happy. Ich sag mal so, wenn ich jetzt... Die Setup-Änderung, die ich jetzt vorgenommen habe zu Baku, wenn ich das schon in Shanghai hätte, gehabt hätte, dann hätte ich da vermutlich die McLaren alle auspaced. Ich meine, ich halte den Baku mit 105 Performance gerade mit Mittelfeldautos mit. Das ist mir letztes Jahr nicht mal ein Ferrari gelungen, der super overpowered war. Weißt du, auch gegeneinander reagiert die KI dann immer. Da hat sie jetzt reagiert, die Kubica-KI, das Giovinazzi da so hirnlos angeschossen kam. Safety Cup. Man braucht nur lang genug zu gucken und Bernd Meilenner kommt raus. Ja, das war halt auch mega Panne. Also, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Glück im Unglück. Könnte jetzt natürlich vielen Spitzenfahrzeugen die Rettung sein. Könnte aber auch mir die Rettung sein. Ja, das war halt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Vorsicht. Grundflügel ist kaputt. War so ein Moment der Resignation, wo ich mir halt gedacht habe, ja gut. Weißt du, jetzt bin ich einmal in Baku gleich auch von der Performance her und dann sowas. Ja, aber Bernd Meilenner ist am Start. Ja, selten hat mich ein Spiel so sehr dabei gehabt zu sagen, hey, ich... Vielleicht breche ich an dieser Stelle ab. Oder zumindest halt ein Rennspiel. In dem Fall ist es halt, ja, wie gesagt, Baku. Ich... Ich habe mich so aufgeregt die ganze Zeit. Dann kommt das Qualifying und dann die maximale Frustration im Quali. So. Egal. Wir werden unseren Spaß haben, glaube ich. Alle wechseln auf Soft. Ich verstehe das irgendwie nicht mit dem Hochschalten. Also das Spiel will meinen Gang manchmal einfach nicht akzeptieren. Ja. Ja. Ey, aber... Mal schauen, ob die Reifen die 20 Runden auch überleben. Wenn es passt, dann ist es super. Wenn nicht, dann... Naja. Hier sehen wir übrigens, dass ich die gesamten Motorenkomponenten mal getauscht habe. Also die Soft-Reifen kamen für mich allein schon deswegen nicht in Frage. Weil ich... Im Qualifying schon alle drei Reifensätze verwendet habe. Und die Reifen... Weil mir ziemlich kaputt gefahren sein dürften. Hm. Oh. Ich bin gespannt. Wenn ein Ferrari und ein Mercedes in der Nähe sind zueinander. Dann könnte es einen Brake-Test geben. Oder einen vermeintlichen Brake-Test. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Moment. 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 Ich muss das jetzt verstehen. Habe ich gerade von... Was? Ja. Sorry. Was ist denn jetzt los? Mein rechtes Auge tränt, ey. Diese... Doofe Allergie, ey. Aber... Habe ich gerade... Über den Brake-Test gesprochen und jetzt ist Vettel raus aus dem Rennen? Ey, sorry. Für die prophetischen Fähigkeiten. Keine Ahnung, ey. Da kann man schon mal ein Like für da lassen. Und ich prophezeie, ihr lasst ein Abo da, weil ihr neu auf dem Kanal seid. Lohnt sich. Definitiv. Ihr seht ja... Situations-Comic. Wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Das ist ein Nomen, aber trotzdem. Wir schreiben es in Caps-Log. Alter. Ich... 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 Kommt immer noch nicht drauf klar. Ich hab gerade Sebastian Vettels aus... Weißt du, ich rede gerade darüber... Also ich... Ich reile es irgendwie nicht, ey. Ich rede gerade über Vettel und Hamilton und... Ja. Keine Ahnung. Ich find... Ich find das einfach super lustig. Was? Hey, zwei, drei Positions. Nice. Oh, no Overtaking. Limiter active. Alter, das... Das sind wieder Trümmerteile. Krass. Alles klar, Leute. Ich find schade, dass der Limiter aktiv ist, weil es wär sonst cool, wenn du halt selbst... Bestimmst, wann du wieder Gas skiffst. Und wenn du halt Fehler machen kannst, auf Basis dessen. Ist doch jetzt aber. Genug gelacht. Aufnahme läuft. Okay, sehr gut. Dieses Rennen möchte ich nicht wissen. Weißt du? Erst totale Resignation. Dann Safety Car. Jetzt maximale Lustigkeit. Oh, kein guter Restart, oder? Doch. Kubica hat Softs, aber Kubica hat einen Williams. Komm, irgendwann kannst du auch mal zurückstecken, Mensch. Ungefähr so. Einerseits könnte man natürlich sagen, hey Dave, spart dir die Reifen auf. Andererseits bin ich ein bisschen angriffslustig gerade. Logisch. Bin ein bisschen euphorisch gerade wegen dieser ganzen absurden Situation, dass ich über Vettels Ausfall und Breaktest rede und jetzt sowas passiert. Also, nicht, dass jemand das missversteht, weil das gut und gerne mal in den falschen Hals geraten kann. Ich finde es jetzt nicht lustig, dass Vettel ausgeschieden ist. Ich finde einfach nur das lustig, dass ich die ganze Zeit darüber geredet habe, über den Vorfall. Und dass dann Vettel während der Safety Car-Phase ausscheidet, was er theoretisch hätte auch während dieses Manövers von ihm passieren können, als er Hamilton quasi in die Kiste gefahren ist. Hamilton schnell zur Runde, der war noch nicht mal in der Box, oder? Oh ne, komm. Sprit verbraten, nur weiter. Sieben Prozent hinten rechts. Zu Runden beginnen. Sorry. Ich hoffe, das schneide ich später raus. Runde 10, merke ich mir. Wenn nicht viel zu viel passiert. Alter, auf P3 ist irgendein Auto, wahrscheinlich Gasly, das hier langsamer ist als der Racing Point ganz hinten im Feld, der nix auf dieser Strecke kann. Außer vielleicht Kubica überholen, selbst das ist mir nicht gelungen. Aber es ist ein lustiges Barco-Rennen, das macht Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass ich das über ein Barco-Rennen mal sagen kann. Wobei, doch einmal hatte ich ein spaßiges Rennen hier, aber das war ein Multiplayer. Ich hätte nie gedacht, dass ich das über ein Karriere-Video hier in Barco-Rennen so was sagen kann. Das ist crazy. Ciao. Oh mein Karma. Oh, aber jetzt ist das Ganze in zwei Hälften. Ganz erst bitte, das fällt vor mir. Okay, 7%. Zwei Runden weiter gucken wir dann. Okay, sind 3% weniger als 3%. Das geht, glaube ich, noch klar. Ich käme wahrscheinlich auf etwa 50% hinaus. Das geht, glaube ich. Das ist so dämlich, über den Körb zu fahren. Der bringt dich ja einfach nur komplett aus der Ruhe. Oh, das Auto zumindest. So, jetzt aber. Oh mein Gott, okay. Ich halte mich zurück. Okay, vielleicht kann ich mich gar nicht zurückhalten. Oh Gott, das wird zu gefährlich. Kibbi! Kibbi! Sehr gut. Den Becayron kriege ich jetzt easy, oder? Alter, okay, easy war es nicht, aber ich habe ihn gekriegt. Ich fühle mich wohl, sowohl mit dem Setup, als auch mit der Strecke. Mit allem. Irgendwie passt es gerade. T-Mate-Status? Old Softs, okay. 46,9. Der kann seine Pace also auch nicht so wirklich rausfahren. Das wäre der nicht langsamer als ich auf den Mediums vorhin. Oh, hier hat es wieder gekrachten. There are trimmer-Teile all over the place. Ich weiß, was es Debris heißt, aber egal. So. Komm schon. Dranbleiben, zumindest. Der ist, der ist. Jawohl, der ist. Sehr schön. So, beim Sprit verbrate ich einfach mal so viel, wie ich gerade kann. Kann man ja gerade unter der Hand so machen. Kastlieren in der Box. Holt sich harte Reifen ab. Oh mein Gott, das wird wieder spannend jetzt. Minimal talking. Minimal talking. Ärgerlich. Aber ey, mal gucken, vielleicht komme ich wieder zurück. Waren ja eh super langsam, die ganzen Dudes. Sechs Sekunden verloren dadurch. Okay, die Fahrzeuge vorne gehen alle an die Box jetzt. Okay, die werden wahrscheinlich nochmal Soft-Medium-Reifen mitnehmen. Gelben markierten. Und damit bin ich in den Punkte rengen. Norris zum Tarte mit. Und damit bin ich in den Punkt. Also, ich glaube, Landon Norris wird pace-technisch deutlich überlegend sein. Mal gucken. Mal gucken, was die nächsten Runden noch so bringen. Wir haben ja die Hälfte der Rennestanz erst durch. Okay, vorsichtig sein. Hinten rechts der Reifen. Der mag das nicht so. Deswegen auch in dieser Kurve zum Beispiel. Sehr, sehr vorsichtig durchfahren. Und Robert Kubica hat er eventuell einen Flügelschaden, dass der hier so langsam fährt. Ey, wehe, der fährt an die Box jetzt. Weil ich hätte ihn überholen können. Okay, gut. Ah. Die KI ist clever, ey. Wow. Okay, Moment. On-the-fly-Boxen-Stop. Muss mich an meinem rechten Knöchel gerade kratzen. Wenn es der linke gewesen wäre, hätte ich es auf irgendeiner Geraden tun können. Ja, mit dem linken Fuß kann ich aber schlecht aufs Gaspedal gehen. Hier mit der Stange zwischen meinen... Ja, okay. Ich aufzureden. Let's be six at the moment. Ja, das... Oh Gott, ich würde noch ungemütlicher werden. Alter, okay. Okay. was mir vor den Haken נ Genau. Okay. Was wir甚麼 mit dem? Das geht 해야 Atmos für Sie? Das geht. Oh Gott, wir gehen. Das geht. Ich weiß đã nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ä Asteres. Sch MAX-erne-St Sophosst. Ja, nur falls es manche Leute stört, weil ich hab da schon Kommentare gelesen, dass ich so häufig mit dem Sprit- und ERS-Modus hin- und herspringe, muss man machen, damit man die maximale Pace raus soll. Tut mir leid, Leute. Schaut euch mal E-Sportler an, die fahren dann noch krasser. Ist zwar nicht realistisch, aber da sag ich, don't hate the player, hate the game. In der Realität haben sie auch Motor-Modi, die wirklich für jede Situation abgepasst sind. Der Riccardo jetzt mit Medium-Reifen hinter mir, der wird definitiv Gefahr darstellen. Das Schöne ist, dass ich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Pace rausholen kann. Ich hab ein bisschen was gefunden. 44,8 fährt er. Ich glaube, hier kann ich mich nicht großartig verteidigen. Gegen gegen Riccardo. Höchstes Kontern. Gott, ey. Also, der Abtriebsverlust war schon stark bemerkbar. Auf Anhieb die Dirty Air, die die halt einfach mal Bremskraft raubt. Das verstärkt nochmal den Effekt des eigenen Verbremsens, des eigenen Versagens. Ich hoffe, ich hab's im Intro irgendwie gesagt. Erwartet nicht zu viel von mir auf dieser Strecke. Tue auch ich nicht. Und dass ich allein schon einigermaßen auf Pace der Gegner aller Gegner fahre, das ist schon... Das ist schon eine Menge wert. Alles klar. Neun Runden noch. Drei. Drei. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch mal will ich mich da nicht abschießen lassen. Ei, ei, ei. Ab geht's. Oh boy. Jetzt wird alles rausgeholt aus dem Auto. So. Ab geht's. Zurück in den 45er-Bereich. Na, gegen Grosjean reicht es ja auch nicht. Gegen Norris kann ich mich vielleicht ja noch verteidigen. Der hat ja noch die GP2-Engine. Oh yes, baby! Oh Gott, ich hatte den Bremspunkt komplett verpasst. Ich hatte nix an Übersicht für den Bremspunkt. Hat aber fair, er war außen und hinten, muss irgendwann zurückstecken. Okay. Okay. Oh ja, ja. Okay. 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 Nein, er überholt mich nicht mal. Oh, nee. Ich hatte so gehofft, dass er mich überholt bei dem Messpunkt. Warte mal, wo ist denn der Messpunkt? Der grüne Punkt, oder? Okay, kann ich mir später nochmal anschauen. Red Bull ein Flügelschaden neben mir, Verstappen. Das riecht nach Konter. Ja, gut, die fahren meistens jetzt mit Mediums. Das ist Baku. Ich habe eh kaum eine Chance. Nein, komm schon. Willst du einfach nicht versiegen lassen jetzt. Ich wollte vorhin Grosjean vorbeilassen, logischerweise. Um auf Startziel dann ERS, DRS zu haben. Das war hier, wollte ich ihn logischerweise vorbeilassen, aber hat nicht funktioniert. Aber immer noch vor Paris, hey. Nein, das, ne. Ja, das war hier. Sollten wir, kann ich dir nichts laboratories machen. Das steht decre 46. Aus préparer mich trotzdem, das war vor einem Mandeln. yourselves kam, also aus denitorsen. Das war einfach nicht mir danger. Das war wir vor, bei dem cradle用 бесплат casteln. Äh, schon wenn? Und wieder kurz exploren. Das war natürlich nicht wahr. Untertitelung. BR 2018 Geht's? Komm schon alles geben, um Norris noch zu kriegen. Ein bisschen mehr Top Speed als eben habe ich. Ein bisschen mehr Top Speed als eben. Ich hatte in der letzten Runde da sogar noch einen dicken Schnitzer in der Schikane. Alles probiert. Ein Quersteher und kaum noch eine Chance. Hier und jetzt untersteuert das Auto nur noch. Bis zuletzt gefaltet. Aber so viele Trümmerteile wie hier liegen auf der Strecke. Können auch wir ein bisschen was hinterlassen, ist auch kein Problem. Jovina C ist vorbei. Teamkollege sogar noch mal in der Box. Sovina C alles gegeben ich wollte halt natürlich noch mal einholen punkt holen alles andere sehr egal gewesen jetzt muss ich auf den dnf hoffen kommen unsere punkte serie noch weiter führen natürlich toll ansonsten bin ich zum ende hin ganz gut hier unterwegs gewesen das nehme ich durchaus als motivation mit für das nächste rennenbar zum ende hin lief's deshalb müssen geändert vielleicht die fahrtechnik müssen verändert hier herangehensweise an die strecke und da vorne kann es noch krachen mit der ist da vorbei an einigen autos aber hinter ihm da können es durchaus auch noch mal stress geben wenn du dich in baku halt einmal verbremst dann ist sensei weder singapur noch monaco sind so gnadenlos mit verbremsen das finde ich halt hart stimmt und mittlerweile dürften auch die reifen hinüber sein oh ja 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 Yo, was ist denn mit dir los, Kollege? Wow. Wow, okay, ganz kurz. Das möchte ich nochmal im Replay sehen. Also, ich möchte mal ganz kurz anmerken, hier ist es normal, sich nach außen ranzubremsen. Okay, die KI. Ich glaube, man kann sich drauf einigen, die KI. Das ist furchtbar. Aber die hellste ist sie wirklich nicht. Okay, Runde 25. Witzig, vielleicht kann ich die 11 weiterhin verteidigen. Wäre damit dann der erste Abstauber für etwaige DNFs oder Kollisionen. Ja, und gerade eben zur Kollision Giovinazzi ist hinter mir. Der muss schauen, was ich mache und muss darauf reagieren. Der ist mir einfach hinten drauf gefahren und dann nochmal in die Kiste gefahren. Also, naja. Die KI ist racy. Teilweise ist es richtig geil, wie sie die Kampflinie fährt. Alter, Leute, ist das... Sag mal, ist das... Ist ganz... Ich mach mal einmal eine... Ich mach mal einmal eine Rückblende. Ich guck mal ganz kurz. Okay, ich hab kurz vom Kerb gebremst. Guck mal, was passiert, weil ich am Kerb bremse. Fährt mir wieder hinten drauf. Ich möchte mal wissen, wann kann ich bremsen, ohne dass die KI mir hinten drauf fährt und schaffe ich die Kurve dann trotzdem. Auch hier fährt er mir hinten drauf. Ich möchte das jetzt wirklich ganz kurz wissen. Sorry, wenn es ein bisschen Atmosphäre rauskommt. Das ist ein mega chaotischer Bar-Kuh, äh, mega chaotisches Bar-Kuh-Rennen gewesen. Aber... Guck, jetzt krieg ich die Kurve halt nicht. So, das ist halt das Ding, was ich meine. Die KI muss halt sich ein bisschen dem unterordnen, was du halt kannst und was du nicht kannst. Wenn du einen angeschlagenen Frontflügel hast und dir fährt jemand hinten drauf, dann ist nicht deine Schuld, weil du kannst nicht später bremsen. Die KI oder der Fahrer hinter dir, der muss darauf reagieren, dass du ein kaputtes Auto hast. Genauso mit langsameren Reifen, mit einem langsameren Auto. Du kannst ja auch nicht sagen, äh, ich fahr einen Mercedes, der fährt einen Williams, ich bremse doch normalerweise 50 Meter später als der. Ja, aber er hat einen Williams, da musst du drauf reagieren können. Das ist halt wichtig. Und, ähm, ja, deswegen spule ich das mal ein bisschen hin und her jetzt. Und ich meine, in dem Fall ist es jetzt leider so, gut, dass das Rennen zum Ende hin sehr, sehr chaotisch wurde. Es war zwischendurch sehr lustig. Zum Ende hin wurde es ein bisschen deprimierend vielleicht. Ähm, aber auch hier, don't hate the play, hate the game. Auch wenn es vielleicht ein bisschen die Atmosphäre rausgezogen hat. Ich selbst kann da, glaube ich, sehr wenig für. Ähm, ich hab zwar mal eine Schnitzer drin gehabt, aber dass die KI mich halt zwei, dreimal so hart abschießt. Ähm, ja, das ist etwas, dem muss ich halt nachgehen. Und ich glaube, das sollte man nicht in die Bewertung dieses Videos oder dieses Rennens mit einbeziehen. War ansonsten ein Rennen, wo ich sagen muss, hey, pace-technisch überraschend stark für Barco-Verhältnisse bei mir. Ähm, was die reine Performance angeht, wenn man auch die Fehler noch hinzurechnet, dann war das definitiv, ja, wieder mittelmäßig. Aber so, wie ich es halt bei mir erwartet hatte mit Barco. Insofern, ich find's schade, dass ich ein paar Fehler gemacht hab. Ich hab da Punkte liegen lassen, wichtige Punkte liegen lassen. Der Mann hinter uns, der hat aber eh schon sehr, sehr viel Chaos offengerichtet und hat dieses ganze Rad des Chaos ins Rollen gebracht. Insgesamt muss ich aber sagen, ja, geh ich doch mit einem lachenden und einem nur weinenden Auge raus, weil das ein bisschen allergisch gerade reagiert. Ah, und auf der geraden Foto, find ich, ey. Ey, ich bin nicht, ich bin nicht enttäuscht. Es ist Barco, ich bin schlecht in Barco. Jeder ist schlecht in Barco. Ähm, ich hab Fehler gemacht, ja, das ist definitiv etwas, was man sagen kann. Aber hey, war trotzdem ein schönes Rennen, war ein ansehnliches Rennen. Und am Ende des Tages, ähm, ich sag mal so, wir hätten trotzdem ein paar schöne Fights haben können. Gegen Giovinazzi, gegen Quiat. Aber am Ende war es diese Racy-KI, die mich dann zweimal über den Haufen gefahren ist. Oder einmal über den Haufen gefahren ist. Und einmal hab ich ja eine Rückspulfunktion genutzt, um zu zeigen, hey. Ich müsste dann bremsen, bis ich die Kurve nicht mehr kriege, damit die KI mir nicht voll hinten drauf rauscht. Aber das ist etwas, das kenne ich von MotoGP 19 oder, äh, nee, nicht 19, sondern MotoGP. Aber eigentlich nicht von F1. Nicht von jedem F1. War schon mal besser. Ja, deswegen. Ja, ich hab ja schon anfangs so ein bisschen überlegt, hey, wie gut ist die KI oder wie schlecht ist die KI. Und ich muss sagen, wenn Gasly ein Podium fährt, dann ist es furchtbar. Nee, ähm, aber jetzt wirklich mal zum Ernst der Sache nochmal ganz, ganz kurz. Ähm, wenn die KI Zweikämpfe fährt, wenn sie aggressiv ist, bin ich der Letzte, der sich dagegen verwehrt und sagt, hey, das ist doof oder so. Es ist nicht schön, dass sie Zweikämpfe führen. Es ist nicht schön, dass sie sich verteidigen und so weiter und so fort. Die Frage ist halt nur, wie verteidigen sie sich? Und in dem Fall ist es halt so, oder wie greifen sie an? Und in dem Fall ist es so, du divest, du divebombst, äh, die KI reagiert nicht auf dich. Die KI divebombt, wenn du nicht auf sie reagierst, dann gibt's eine Kollision. Das heißt, die KI geht davon aus, dass du als Spieler darauf reagierst, wenn sie divebombt. Aber wenn du dasselbe wie die KI machst, dann reagiert sie nicht. Und wenn eine KI eine andere KI divebombt, dann reagiert die KI, die gedivebombt wird. Das ist halt so eine Sache, das verstehe ich nicht ganz. Was möchte man damit bezwecken? Genauso ist es ja auch eigentlich relativ easy, so der KI zu erkennen, zu geben, hey, der Fahrer vor dir hat keinen Frontflügel mehr oder hat einen Frontflügel-Schaden. Pass mal ein bisschen auf beim Anbremsen oder so. Da kannst du keine Position gut machen, indem du mir hinten drauf fährst oder so. Er hätte auch nicht, also in dem Fall jetzt Giovinazzi, der hätte auch nicht außen anbremsen können und außen vorbeigehen können. Illusorisch, ja. Er ist außen, er wäre hinter mir gewesen, hätte zurückstecken müssen. Beziehungsweise bremst man automatisch so an. Ich glaube, bei Vettel hat man es sehr, sehr gut gesehen, dass der halt super weit links ist und von weit links nach ganz rechts sich raustragen lässt, weil du damit halt sehr gerade anbremsen kannst für diese Linkskurve. Ich verstehe die KI nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht. Ich bin aber auch jemand, der sehr ungerne darüber hinweg diskutiert, was er jetzt richtig oder falsch gemacht hat und einfach nur die KI als Schuldigen mit reinnimmt. Die KI hat definitiv Fehler gemacht. Allerdings, ja, hat auch ich Fehler gemacht. Und obwohl die Pace zwischenzeitlich enorm gut war und ich zu Lennon Norris aufholen konnte, muss ich dann insgesamt trotzdem sagen, meine Pace ist für Barco immer noch nicht ausreichend. Beziehungsweise meine Federdichte war sehr hoch, einfach auch, weil ich am Limit gefahren bin. Ich glaube, das kann man mir nicht übel nehmen. Du gehst ans Limit, in Barco verlierst du halt neben sehr, sehr viele Positionen, sehr viel Zeit, wenn du knapp über dem Limit bist. Und ich habe einfach versucht, am Limit zu fahren. War hin und wieder ein bisschen drüber, aber ich habe alles gegeben. Ich habe gefightet, gefightet, gefightet. Und ich glaube, das ist das, was am Ende zählt. Und wenn es euch gefallen hat, haut gerne ein Däumchen nach oben raus. Haut gerne auch noch ein Abo raus, wenn ihr noch auf dem Kanal seid. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich viel, vielmals fürs Einschalten. In Baku, da habe ich eh nicht so wirklich mit Punkten gerechnet. Wenn es Punkte sind, bin ich immer glücklich hier. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das nächste Rennen, Spanien, läuft dann meistens besser. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Rennen in Spanien wieder, wenn es euch gefallen hat. Ach, wie gesagt, haut gerne einen Daumen nach oben raus. Ich bin platt. Ihr merkt, ich wiederhole mich zu sehr. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Bis denne. Bis zum nächsten Mal.